Hey Leute, hier ist ein extra-heil, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es einmal kurz in die Stadt, denn da wartet was cooles noch nicht. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier in Kiel und ist auch mit dabei, hier in der Holzenauer Straße, war ich bisher, um zu sagen, noch nicht ganz so oft. Jetzt gibt es erstmal eine extra Wurst. Currywurst. Und jetzt geht es einmal Richtung Dufino. Wir sind jetzt hier, wie ihr seht, einmal in der Holzenstraße. Wir schauen uns nochmal ein bisschen ein paar Läden um, vielleicht gibt es auch neue Schuhe, mal gucken. Dann gehen wir mal hier rein. Also die, werdet ihr jetzt einmal anprobiert, mal gucken, ja, ob die passen und wie die mir stehen. Oh Gott, draußen ist wieder irgendwie so warm, ey. Gut, die sind dann nix geworden, geht es weiter. Probier ich dann jetzt mal die an, ich meine, die sind sogar runtergesetzt. Ich glaube, Socken kann man immer mal gut gebrauchen. Gut, ich glaube, das war es erstmal mit Schuhen, ich brauche keine mehr. Und jetzt geht es weiter Richtung Dufino. Und da gibt es auch noch was cooles, das hat mit einem Laden was zu tun. Ich glaube, hier wird gerade ordentlich gebaut, aber hier kommt ein neues Haus, ne, nice. Und das Wetter ist auch noch so gut, also man kann hier schon im T-Shirt und kurze Hose rumlaufen, ich meine. Oder auch nicht mehr. Ja, oder auch nicht mehr. Aber ich finde, es geht eigentlich, so kalt ist es einfach warm. Es ist schon fast Sommergefühle, aber wir haben halt erst April seit ein paar Tagen warm, aber das ist mega cool. Mittlerweile da auch schon gleich zwei. Wir sind jetzt hier gleich im Sofienhof. Und das coole ist, ich habe noch eine Woche Ferien, habe auch auf Instagram eine Umfrage gemacht, haben einfach schon 86% jetzt schon wieder Schule. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu meinem Geschäft. Nur für wenige Stunden, das sind drei Stunden, die ich da sein werde. Das wird mega cool, das ist nämlich vom Adidas-Tor und da gehen wir jetzt hin. Und da wollen wir gleich da. Und ich gehe mit Nike-Schuhen in den Adidas-Laden. Wenn das nicht mal toll ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah, perfekt, hier ist ein Adidas-Schuh. Da kann man schon mal reingehen. Natürlich kann jeder kommen, wie er möchte. Und hier ist der Adidas-Tor, wenn das nicht mal nice aussieht. Und hier werde ich am 14.04. am Samstag von 15 bis 18 Uhr sein. Das heißt, jeder, der möchte, kann vorbeikommen. Das Ding ist, dass wir jetzt schon diesen Samstag. Also, wenn ihr da Zeit habt, kommt alle vorbei. Oh Gott, jetzt geht es ja weiter in den nächsten Laden. Hier war ja ein Lied drin. Mal sehen, was es denn hier so gibt. Ich war echt noch nie in den Laden drin. Ich dachte, das wäre so ein Frauenladen oder so. Einmal in die Anprobe mit dem blauen T-Shirt angezogen. Sieht es jetzt so aus und nehme ich das mit? Nein, ich glaube, das hier. So, hier sind jetzt zwei Schuhkirrens. Einmal hier, oh, die von Ole. Und dann haben wir hier noch die anderen. Dann ist jetzt hier auch der echt so fertig, denke ich. Ich bin fertig und lass nämlich nicht missen. Und jetzt geht es weiter im Sophino. Und gefühlt ist es hier mal mega warm drin, ey, oh Gott. Aber jetzt geht es einfach noch zu mir, die Max. Da braucht der Ole einen Controller. Und ich vielleicht eine PS4. Nein, okay, schwache Seite. Darf ich sagen, geht es hier einmal rein. Die Rolltreppe hoch. Oh, ich glaube, das nehme ich mir gleich mit dem Rot am besten noch. Okay, PS4-Controller gibt es dann doch nicht. Da ist dann doch keiner da. Und wieder raus hier. Sieht auch geil aus. Und wir sind weiter auf der Suche nach PS4-Controllern. Also der Controller ist jetzt gefunden und es geht weiter. Wir haben Hunger bekommen, das heißt, wir gehen jetzt zum Essen. Und es gibt wahrscheinlich Burger und eigentlich wollte ich mich ja gesund ernähren. Aber irgendwie ist es seit dem Dänemark-Urlaub irgendwie nichts geworden. Aber egal, ich kann nicht mehr so einen Roten Salat. Nein, das kommt in die Frage. Und jetzt geht es zu Peter Panne. Da draußen ist es so voll. Oh mein Gott. Hier drin dafür sehr, 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 sehr leer. Da sieht man mal, wo alle hingehen. Es war der Gutes. Da draußen. Da war es echt warm. Und das Essen ist jetzt hier nun da. Es gibt Burger. Bei uns beiden. Das heißt, ihr werdet das Essen. Guten Appetit. Dir auch. Und alles ist weg. Und wir sind jetzt hier nochmal am Wasser. Ein bisschen draußen und wir ein paar Bilder machen. Wir gehen jetzt hier auf den Stück. Bzw. wir versuchen es. Und ich hoffe, ihr versteht mich. Es ist halt echt irgendwie ziemlich windig hier. Okay, jetzt gerade geht es. Ich hoffe, man hört mir einfach. Ah, Angeln verboten. Schade. Ich hoffe, weil ich hier nahe Angeln mitnehmen. Wir haben jetzt ein paar Bilder gemacht. Und die ist auf Instagram zu sehen. Da ist übrigens Max von Ex. Das war da gerne mal vorbei. Hier sollte man vielleicht nicht reinfallen. Jetzt sind wir im Wasser. Und jetzt sind wir hier. Nochmal kurz bei Support. Gucken wir mal, ob es da irgendwas cooles gibt. Gehe ich mir den Laden. Und Klamotten. Und es geht auch wieder raus, weil wir da nicht wirklich irgendwas gefunden haben. Und jetzt geht es langsam auch wieder zurück. Yo, da würde ich sagen, das zur gesunden Ernährung. Und ich bin wieder zu Hause. Na? Und was machst du denn? Also bin ich, wie ihr seht, wieder zu Hause. Bei mir zu Hause. Und vergesst auf keinen Fall am 14.04. Das ist jetzt, diesen Samstag, bei dem Fan-Treffen vorbeizuschauen. Es ist am Samstag von 15.00 bis 18.00 Uhr. Im Sophien of InKiel. Im Adidas Store. Also schaut alle da vorbei. Nicht vergesst, das wird mega cool. Ich kann Fotos machen. Ich mache auch eine Grammkarte auch mit. Und danke dir hier in dem Kanal abonnierst. Und links gibt es zwei weitere Videos. Könnt ihr gerne anschauen. Und dafür sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.